Heimat. Für viele bedeutet das Wiesen, Äcker und Natur. Doch die werden immer mehr zubetoniert. Mit Riesengewerbeparks, Wohngebieten und Straßen. Das ist eine große Sauerei, was hier geschieht. Es geht um Geld für die Gemeinde, um Geld für den Investor. Jeden Tag geht so in Deutschland eine Fläche von 85 Fußballfeldern verloren.